Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Anjas Themenkiste. Hier findest du leicht verständliche Erklärvideos rund um das Thema Smartphone, Computer und den richtigen Umgang mit dem Internet. Welche Vorteile hier auf dich warten, welche Schritte du gehen bzw. welche Themen auch für dich von Interesse sind, wirst du in den einzelnen Videos für dich selbst herausfinden. Für mich ist wichtig, dass ich hier keine Alleinunterhalterin bin, sondern dass wir hier eine Gemeinschaft bilden, die sich mit Gleichgesinnten trifft und die sich einfach zu den Themen austauschen. Das heißt, wenn du ein Thema hast, sei es Smartphone oder dem Computer, dann teile das gerne in den Kommentaren unterhalb von den Videos mit mir und dann versuche ich da zeitnah auch immer zu antworten bzw. vielleicht sogar ein neues Video zu drehen, damit hier auch wirklich Videos erscheinen, die auch die Allgemeinheit betreffen und von Interesse sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Durchstöbern meines Kanals und beim Üben. Ich werde auch unterhalb von meinen Videos immer so ganz kleine Übungsaufgaben mit dazu packen, damit du einfach das, was ich im Video erzählt und erklärt habe, auch direkt im Nachgang üben kannst. Denn, wer weiß es nicht, Übung macht mir bekanntlich den Meister und das wollen wir natürlich auch schaffen. Also viel Freude hier dabei und wenn du keines meiner Videos mehr verpassen möchtest, dann bitte, bitte, bitte meinen Kanal einmal abonnieren. Es gibt eine kleine Glocke oder den Abonnieren-Button. Und wenn du mich abonnieren möchtest, dann benötigst du natürlich auch einen Google-Account. Solltest du noch keinen Google-Account haben, dann verlinke ich dir am Ende von dem Video noch ein Folgevideo, das dir erklärt, wie du einen Google-Account anlegen kannst. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Üben und beim Lernen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in den nächsten Folgevideos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Anja. Ciao.